Im heutigen Video möchte ich euch ein leckeres Rezept für einen würzigen Snack mit Kokosnuss vorstellen. Ihr benötigt für dieses Rezept junge Kokosnüsse und ein Dörrgerät. Für dieses Rezept wurden mir die Kokosnüsse von Kokolovin zur Verfügung gestellt. Mit Kokolovin habe ich ja in letzter Zeit schon ab und zu zusammengearbeitet. Es gab einige Videos, wo ich tolle Früchte von Kokolovin testen durfte. Eines der Videos verlinke ich euch schon mal oben in den Infokarten. Für dieses Rezept verwende ich junge Kokosnüsse, die viel Kokosnusswasser enthalten und nur eine dünne Schicht Kokosnussfleisch. Hier bei uns in Deutschland bekommt man in den Supermärkten und Bioläden eher die braunen Kokosnüsse. Die enthalten wenig Kokoswasser und eine sehr dicke, feste Schicht Kokosnussfleisch. Das Kokoswasser ist ein natürlich isotonisches Getränk. Es enthält mehr Potassium als die meisten Energydrinks und nur einen Bruchteil deren Sodiums und Zuckers. Außerdem enthält das Kokoswasser bzw. die Kokosnuss Magnesium, Kalium, Kalzium, Eisen, Mangan, Zink sowie B-Vitamine und das in reichlichen Mengen. Im unteren Teil des Kartons befinden sich sechs Trinkkokosnüsse, auch Pagode Light genannt. Und diese Trinkkokosnüsse sind von Kipepeo, das heißt sie sind bio und fair gehandelt. Und daraus will ich auch einen herzhaften Snack zubereiten. Also aus einem Teil der Kokosnüsse bzw. aus dem jungen Kokosnussfleisch. Dafür werden als erstes die Trinkkokosnüsse natürlich geöffnet. Ich verwende dafür so ein Kokosnussbeil. Hier habe ich eine der Kokosnüsse schon geöffnet. Ihr seht hier auch das junge Kokosnussfleisch. Und diese jungen Trinkkokosnüsse enthalten natürlich auch viel Kokosnusswasser. Und das sammle ich jetzt einfach separat. Das benötige ich für dieses Rezept nicht. Das werde ich dann einfach pur trinken. Alle Trinkkokosnüsse sind geöffnet. Das Kokosnusswasser habe ich bei allen Kokosnüssen entfernt. Und jetzt halbiere ich die Kokosnüsse nochmal mit meinem Kokosbeil. Um das junge Kokosnussfleisch besser aus diesen Kokosnüssen entnehmen zu können. Aus diesen sechs Trinkkokosnüssen habe ich über einen Liter frisches, köstliches Kokosnusswasser gewinnen können. So sehen die halbierten Trinkkokosnüsse aus. Ihr seht wunderbares, junges Kokosnussfleisch. Das ist für mein Rezept perfekt geeignet. Das ist nicht zu fest, aber auch nicht zu weich. Als ich vor vielen Jahren in Ghana war, habe ich dort Trinkkokosnüsse kennengelernt. Und bei den ersten Kokosnüssen war das Kokosnussfleisch ganz klipperig. Also das wäre zum Beispiel für dieses Rezept nicht geeignet. Als nächstes werde ich das komplette Kokosnussfleisch aus diesen Kokosnussschalen entfernen. Das ist das junge Trinkkokosnussfleisch. Und wichtig für die weitere Verarbeitung ist, dass wirklich alle festen Bestandteile der Schale von dem jungen Kokosnussfleisch entfernt sind. Da gibt es manchmal auch so Stücke, die da doch dran haften bleiben, die bitte alle entfernen. Das sind 800 Gramm junges Trinkkokosnussfleisch. Und dieses Trinkkokosnussfleisch werde ich jetzt in schmale Streifen schneiden und diese eventuell nochmal halbieren oder sogar tritteln. Auf jedem Teller befinden sich jetzt jeweils 400 Gramm kleiner geschnittenes Trinkokosnussfleisch. Und als nächstes zeige ich euch die weiteren Zutaten für diesen herzhaften Kokosnack. Das sind die restlichen Zutaten für den herzhaften Kokosnack. Ihr seht hier Knoblauchzehen, Paprikapulver edelsüß, Ingwerpulver und unpasteurisierte Sojasauce. Ich werde jetzt hier zu diesem einen der beiden Teller diese drei Knoblauchzehen pressen. Dazu gibt es noch zwei Esslöffel Paprikapulver edelsüß, einen Esslöffel Ingwerpulver und circa 60 Milliliter Sojasauce. Und hier sind die Knoblauchzehen und die Gewürze für den anderen Kokosteller und die Sojasauce werde ich teilen. Die Gewürze habe ich mit den jungen Kokosnussfleischstückchen richtig gut vermischt. Ihr seht es hier. Und das Ganze wird jetzt über Nacht mariniert. Im Sommer stelle ich die Teller dann in den Kühlschrank, weil es sonst zu warm dafür ist. Also entweder ihr lasst es in einer kühlen Küche stehen, so circa zwölf Stunden, zehn bis zwölf Stunden, oder ihr stellt es in den Kühlschrank. So sehen die gut marinierten Kokosnussstreifen nach zwölf Stunden aus. Und jetzt lege ich diese Streifen auf die Dürrebene meines Dörrgerätes. Wir haben zwei Dörrgeräte, die stehen bei uns im Flur, weil wir dafür den meisten Platz haben. Meinen Rebo-Try habe ich ja schon in einigen Videos kurz vorgestellt. Das ist das rechte Dörrgerät. Und seit Sommer haben wir auch ein Dörrgerät komplett aus Edelstahl. Das ist das Büso-Dörrgerät. Ihr seht, ich habe dieses Dörrgerät geöffnet. Da sind noch einige Nüsse drin, die ich jetzt in den letzten Stunden gedörrt habe. So sieht es dann aus. Eine Ebene ist schon belegt. Ihr seht, ich habe es recht eng belegt. Diese Kokossticks werden im Laufe des Dürrens durch das Dehydrieren auch noch etwas schrumpfen. Ich werde jetzt noch mindestens zwei weitere Ebenen mit diesen Kokossticks belegen. Das ist Dörr-Ebene Nummer zwei und Dörr-Ebene Nummer drei. Die ist nicht ganz voll geworden, also circa zweieinhalb Dörr-Ebenen habe ich mit der Menge an Kokosnussfleisch füllen können. Leider habe ich jetzt aus Versehen eine Aufnahme gelöscht, in der ich noch erklärt habe, wie ich diesen herzhaften Kokos-Snack dürre. Also bei wie viel Grad und wie lange. Ich habe diesen herzhaften Kokos-Snack zuerst bei 45 Grad circa 10 Stunden gedörrt. Dann habe ich diese Sticks einfach ein bisschen bewegt. Also ich habe jetzt nicht jeden einzelnen umgedreht, sondern habe diese Sticks einfach so ein bisschen hin und her bewegt, dass dann auch von allen Seiten Luft herankommt. Und dann habe ich das Ganze circa fünf bis sechs Stunden weiter bei 45 Grad gedörrt. Und jetzt ist der herzhafte Kokos-Snack fertig. Der herzhafte Kokos-Snack kann in so einem Bügelglas oder in anderen verschließbaren Behältnissen, ich bevorzuge Glas, sehr lange aufbewahrt werden. Wenn er nicht vorher schon aufgegessen wird, weil er wirklich sehr lecker und würzig schmeckt. Also mein Ältester liebt diesen herzhaften Kokos-Snack. Und manchmal komme ich mit Produzieren gar nicht hinterher. Deswegen würde er sich freuen, dass jetzt ein neues Glas gefüllt ist. Ich bin ja gerade auf der Webseite von Coco Lovin. Coco Lovin hat mir ja die Kokosnüsse zur Verfügung gestellt für dieses Rezept. Ihr seht, es gibt hier zwei Angebote. Einmal die junge Trinkkokosnuss einzeln und dann einmal im 3-Kilogramm-Paket. Und diese drei Kilo bio-zertifizierte junge Trinkkokosnüsse kosten 29,90 Euro. Das ist auch gerade ein Aktionsangebot. Ihr spart 29,31 Prozent. Das würde sonst mehr kosten. Und diese biologisch zertifizierten jungen Trinkkokosnüsse kommen aus Thailand. Und das ist eher selten, dass es biologisch zertifizierte Kokosnüsse aus Thailand gibt. Und Coco Lovin bekommt diese vom renommierten Importeur Kipepeo. Und die Kipepeo-Partner unterstützen die Bauern ständig vor Ort und das schon seit 20 Jahren. Das ist also eine gute Sache, die Bauern da vor Ort zu unterstützen. Hier steht auch noch auf der Webseite, Aufgrund der hohen Qualität und Zertifizierungskosten können die Kipepeo-Produkte leider nicht billig sein. Deshalb machen wir zur Unterstützung der Kipepeo-Bauern immer wieder besonders günstige Paketpreise. Schau auf unsere Angebote, dann kannst auch du günstig. Also das hier ist ein guter Preis, ein gutes Angebot für die wirklich sehr gute Qualität der jungen Trinkkokosnüsse. Ihr seht hier auch, der nächste Liefertermin ist der 26. März. Und dafür ist der Bestellschluss Mittwoch, also jetzt der Mittwoch, der 18. März um 20 Uhr. Könnt ihr bei Coco Lovin bestellen und bekommt dann am 26. März die Produkte, die Kokosnüsse oder eben auch noch andere Dinge, die ihr bei Coco Lovin bestellen möchtet. Ich habe ja schon einige Videos mit Coco Lovin zusammen gemacht und durfte verschiedene Früchte testen, zum Beispiel die Gourmet-Ananas oder auch Papayas, Mangos, Passionsfrüchte, Drachenfrüchte, aber auch noch einige andere Früchte und war auch immer mit der Qualität sehr zufrieden. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und ich hatte in den Videos mit Coco Lovin auch immer wieder erwähnt, dass Coco Lovin vor allem für Vielbesteller geeignet ist, beziehungsweise für Familien, die auch mal eine größere Menge an Früchten oder Produkten bestellen, weil bei Coco Lovin zwar die Versandkosten ein bisschen höher sind, dafür gibt es immer ganz gute Fruchtpaketpreise, zum Beispiel auch die Gourmet-Ananas im 5,4-Kilo-Paket oder auch hier 2,5 Kilo Avocado oder hier auch 3 Kilo Bananeapfel. Dann eben hier die Kokosnüsse, da gibt es auch 3 Kilo Mango Kent, 3 Kilo Mango Nam Dogmai, die habe ich auch schon getestet. Also schaut euch auf alle Fälle mal im Shop um, wenn ihr euch für die Trinkkokosnüsse interessiert. Auch hier Papaya-Paket habe ich auch schon getestet, kann ich auch auf alle Fälle empfehlen. Und der Bestellschluss ist der 18. März um 20 Uhr. Ich setze euch den Link zu dieser Seite unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinkten Kommentar. Das war es wieder von mir, ein veganes, rohköstliches Rezept mit wenigen Zutaten. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe!